so der le bastelzeit und heute mal mit ein bisschen anderen thema und zwar fälschungen ja ich denke ihr habt auch schon gehört dass gerade aus dem asiatischen raum relativ viele nachbauten nach europa kommen und ja da müssen wir mal ein bisschen drüber reden was es da aktuell so für entwicklungen gibt prinzipiell ja fälschungen sind großteils murks für die original hersteller aber als endkunde kann man teilweise auch so ein bisschen froh darüber sein denn sind wir mal realistisch der arduino hätte nie abgehoben wenn es nicht hier so irgendwie ein paar günstige nachbauten für ein paar euro gegeben hätte denn ich glaube es ist ein unterschied ob man sich sowas zum basteln holt wenn es irgendwie drei vier euro kostet als wenn man das original holt ich glaube die waren am anfang irgendwie so bei 30 euro und auch gerade so vielleicht habt ihr mitbekommen es gibt aktuell sehr viele lieferungsprobleme bei mikrokontrollern und prozessoren allgemein bei halbleitern und naja ich mache relativ viel in letzter zeit mit so einem stm 32 der preis man könnte sagen da ist plötzlich ein null hinten dran gekommen und die lieferbarkeit ist auch murks und da bin ich schon sehr früh froh dass es dann hier solche nachbauten gibt das hier ist nämlich kein stm 32 sondern apm 32 der im prinzip relativ gleich ist das heißt also ich kann im prinzip meine ganze entwicklung mit dem weitermachen kann mit dem meine tests durchführen und dann erst wenn ich wirklich die dinger brauche die zuverlässig sein müssen auf die originalchips wechseln und die hier stattdessen in der entwicklung verbrennen ja es gibt allerdings und gab auch immer schon auch ein paar unschöne fälschungen die auch endnutzer treffen klassisches beispiel ist sowas hier flash speicher ja sowohl usb sticks als auch so sd karten micro sd karten waren lange zeit ein sehr sehr berüchtigtes fälschungsobjekt da ist man dann hingegangen hat beispielsweise 32 gigabyte drauf gedruckt hat aber nur acht gigabyte innen drin verbaut hat es aber auch so geschickt gemacht dass die firmenwehr 32 gigabyte ans betriebssystem gemeldet hat das heißt auf dem ersten blick sah alles okay aus man kann auch daten darauf speichern und erst dann wenn man mehr als acht gigabyte zum beispiel auf diese sd karte drauf geschrieben hat dann klar gab es plötzlich der datenverlust und ja nicht schön hatte ich auch hier schon mal ein video gemacht das hat natürlich da ein paar größere wellen irgendwann geschlagen als es auch durch die medien ging und als folge haben viele asiatische verkaufsplattformen gesagt okay wir führen jetzt für gefälschte sd karten und so weiter strafen ein das heißt wenn der kunde uns nachweisen kann okay die größe stimmt nicht und testsoftware gibt es ja dann gibt es für den händler eine saftige strafe und das hat auch dazu geführt dass heute so gefälschte kapazitäten relativ selten geworden sind es gibt sie noch und günstige karten haben natürlich auch andere probleme wie haltbarkeit oder geschwindigkeit aber es ist auf jeden fall nicht mehr ganz so problematisch wie damals allerdings hat man anscheinend in der zwischenzeit da etwas neues gefunden und da will ich dann heute mal drüber reden aber für das thema muss ich erstmal ein bisschen ausholen da holen wir nochmal den hier rein denn das ist ein super beispiel für so ziemlich jedes gerät was heutzutage irgendwas digitales macht denn die haben meistens eins gemeinsam usb buchse usb ist heute quasi der standard für so ziemlich alles und entsprechend viele geräte möchte man meistens als seinen rechner anschließen und viele rechner heute was haben die notebook vielleicht sogar nur zwei ports beim rechner 46 vielleicht mal irgendwie acht ports aber die sind halt relativ flott voll und da gibt es glücklicherweise im usb standard ein paar dinge die helfen das sind die sogenannten usb hubs das ist so ein gerät hat ein kabel was vom pc kommt geht hier rein und in dem fall eins zwei drei vier fünf sechs sieben ports gehen wieder raus und ja so kann man dann aus einem anschluss in dem fall hier sieben anschlüsse machen standard ist eigentlich vier oder sieben ports und ja um die soll es dann jetzt so ein bisschen gehen ich werde mich allerdings hierbei auf diese art von bauform beschränken das heißt usb a buchsen usb c lassen jetzt mal außen vor das ist ja dieser neue anschluss der in beide richtungen geht da habe ich jetzt noch nicht so viele erfahrungen mit deswegen lassen wir den einfach mal draußen aber der hier um den soll es gehen dieser usb anschluss der kann usb in verschiedenen versionen benutzen da ist ein bisschen chaos drin weil die haben sie dann irgendwie zwischenzeitlich mal umbenannt prinzipiell spricht man aber von usb 1 usb 2 usb 3 und daher inzwischen gibt es dann irgendwie usb 3.0 generation 1 und generation 2 und dieser stecker punkt so ich würde sagen wir gehen jetzt erst mal die usb versionen durch was da der unterschied ist und dann kommen wir noch mal auf die hier zurück die erste version von usb die kam 1996 auf den markt das war usb 1.0 und der große unterschied zwischen den usb versionen ist die geschwindigkeit die man erreichen kann die erste version die konnte direkt zwei geschwindigkeiten unterstützen nämlich 1,5 megabit das ist der sogenannte low speed modus und alternativ gab es 12 megabit das ist der sogenannte full speed modus die beiden kamen aber nie groß zum einsatz da war noch zu viele bugs drin deswegen die erste version die wirklich anklang gefunden hat war usb 1.1 die stammt von 1998 unterschiede sind lediglich in der implementierung die geschwindigkeiten sind gleich das heißt also da hat sich nichts dran geändert die erste große änderung die kam dann 2001 mit usb 2.0 das ist so das was heute die meisten mikrocontroller sogar machen damit wurde die geschwindigkeit um eine weitere stufe ergänzt nämlich den sogenannten high speed modus der hat 480 megabit das war eigentlich relativ gut schon 480 mbit geteilt durch acht sind wir bei ungefähr 60 megabyte die sekunde abzüglich von dem ganzen overhead realistisch gesehen kommt man so bei 30 bis 40 megabyte pro sekunde raus und ja das war für damalige usb sticks und so ausreichend das war ja das was am meisten daten gemacht hat inzwischen hat sich da wieder was ein bisschen getan und zwar war das im jahr 2011 da kam dann usb 3.0 raus und 3.0 führt wieder zusätzlichen ein nämlich 5 gigabit also 5000 megabit pro sekunde und das ganze nennt sich dann super speed so jetzt steht hier 3.0 allerdings ja danach ist irgendwie haben die glaube ich ein bisschen lack zu viel gehabt denn 2014 kam die nächste variante raus die wir uns jetzt hier noch angucken das ist usb 3.1 und die erhöhen das ganze noch mal aufs doppelte das heißt 10 gigabit und das ist dann super speed plus um das chaos perfekt zu machen hat man allerdings dann in diesem zuge auch noch die namen geändert und zwar usb 3.0 heißt jetzt nicht mehr usb 3.0 sondern 3.1 version 1 oder generation 1 und das hier unten ist 3.1 generation 2 okay so inzwischen gibt es auch noch ein paar neuere standards usb 3.2 mit 20 gigabit oder usb 4 mit 40 gigabit die nutzen allerdings alle usb c und das wollten uns ja nicht angucken so was man dabei beachten sollte die dinger sind jeweils abwärts kompatibel das heißt also wenn ich zum beispiel einen pc habe der usb 3.1 hat generation 2 kann ich da ohne probleme ein usb 1.1 gerät einstecken und bin dann natürlich limitiert auf diese 1,5 oder 12 mbit aber ich kann es einstecken und es wird mit großer wahrscheinlichkeit funktionieren genauso funktioniert das umgedreht wenn ich einen pc habe der usb 2.0 kann kann ich auch problemlos ein usb 3.1 gerät in generation 1 oder 2 einstecken kann sein dass das nicht sauber funktioniert einfach weil die geschwindigkeit nicht da ist aber zum beispiel wenn man irgendwie usb stick hat wird er einfach nur langsamer funktionieren aber er wird funktionieren das heißt also diese ganze sache läuft so lange wie alle komponenten wirklich das unterstützen das heißt wenn also unser pc ein 3.0 hat und unser gerät ein 3.0 hat und wir dazwischen ein 3.0 kabel haben ist alles okay jetzt hat man aber eben ja gesagt wir arbeiten auch noch mit hubs das heißt also wir haben unseren pc mit 3.0 haben unseren hub hier der 3.0 ist und unser gerät was 3.0 ist alles okay wenn unser hub jetzt aber plötzlich nicht mehr 3.0 ist sondern 2.0 dann ist jetzt auch die komplette strecke hier von hier hinten bis hier hinten auf 2.0 limitiert und das ist der punkt den wir uns dann jetzt angucken werden also wenn wir usb 3 geschwindigkeit komplett durchgehend haben wollen dann brauchen wir auch usb 3 gerät usb 3 hub und usb 3 pc woran kann man das denn jetzt unterscheiden naja usb 1.0 und 1.1 und 2.0 lassen sich nicht wirklich optisch unterscheiden da muss man dann einfach darauf vertrauen dass das stimmt was im datenblatt steht aber so ein paar sachen die können wir doch durchaus sehen und zwar wenn wir hier die buchse holen das ist eine usb 2 buchse oder usb 1 buchse wenn wir reingucken die hat vier anschlüsse hier sehen wir diese vier federn die den kontakt herstellen zum kabel oder zum gerät das können wir dann auch gucken wenn uns hier zum beispiel mal den holen das ist glaube ich ein usb 2 eher wenn wir da reinschauen da sind vier anschlüsse drin außerdem ist euch vielleicht aufgefallen dass hier das ding schwarz ist und auch hier ist schwarz und wenn wir hier gucken hier ist weiß aber reinschauen auch hier vier pins und auch an unten der seite vier pins bei den lötstellen diese vier pins die wir hier haben die haben auch eine bedeutung und zwar haben wir da einmal die stromversorgung 5 volt bei usb dann haben wir ground haben ein data minus und ein data plus das heißt eine datenleitung wo die daten dann vor und zurück gehen differenziell einfach mit dem hintergrund dass sich störungen so ausgleichen bei usb 3 ist das ein bisschen anders und zwar der hier der ist usb 3 und hier können wir schon mal den ersten unterschied sehen der stecker hier ist blau und auch wenn wir von innen reingucken dann sehen wir eventuell da sind nicht nur vier anschlüsse sondern noch ein paar mehr zusätzlich zu den vier die wir vorne sehen sind hinten drin noch mal fünf anschlüsse was wir da haben sind noch mal zwei datenpaare das heißt also vorne die sind alle gleich das ist unser plus fünf volt daten plus minus und fünf volt und der ground dann haben wir hinten noch mal zwei plus minus datenkanäle also vier pins und in der mitte sitzt noch mal ein ground und das ganze da besser zu schirmen also wie erkennen wir jetzt so einen usb 3 hub oder gerät am blauen stecker und an mehr pins und das ist der punkt wo es dann ein bisschen bergab geht denn ich möchte usb 3 teilweise nutzen also habe ich mit usb 3 habe gekauft das ist der hier wenn wir gucken blaue anschlüsse sieht gut aus und auch wenn wir reingucken können wir sehen da sind entsprechend unsere ports auch beim stecker der ist auch blau und hat auch die zusätzlichen anschlüsse hinten und das hier ist tatsächlich ein usb 3.0 super speed 4 port hub das heißt also super speed maximal fünf gigabit das aber auch das was ich eigentlich suche denn mehr macht mein rechner nicht den hier nutze ich schon seit langem man sieht es auch schon hier ist schon irgendwie das kabel geht schon so ein bisschen auseinander hat aber nur vier ports ich brauchte noch welche also hauen wir noch ein paar dran usb kann offiziell bis zu 127 ports also was habe ich gemacht ich habe zugegriffen habe mir einen usb habe gekauft nehmen wir mal raus ja schön hier alles eingewickelt in plastik und so weiter und es ist ein usb 3.0 super speed 4 port hub ok gucken wir doch mal wir haben anscheinend blau sieht man jetzt natürlich nicht so gut durch die folie machen sie mal weg super 2 ich dachte dass wir eine die obere weg sagt und da sehen wir wir haben hier unsere anschlüsse sie sind blau sie haben die zusätzlichen steckplätze und auch der stecker hat das und ja ich habe damals bin ich dann sogar hingegangen habe mir den geholt habe es in pc reingesteckt habe dann mein usb 3 gerät geholt habe es hier oben in usb 1 eingesteckt und überraschung überraschung ich hatte super speed das heißt also 5 gigabit hat hier einwandfrei funktioniert also ist das ding in ordnung oder naja fast denn ja ich habe die dann weggelegt habe es irgendwann benötigt habe angeschlossen habe meinen reingesteckt hier diesen kartenleser hat funktioniert habe den zweiten kartenleser geholt habe den reingesteckt und irgendwie war der langsam stellt sich raus 5 gigabit funktioniert nur auf dem ersten slot die anderen drei machen nur usb 2.0 also 480 mbit statt 5 gigabit what the heck kann aber nicht stimmen also noch einen davon ausgepackt ich hatte mir ein paar mehr davon geholt und festgestellt ja die haben alle dasselbe das scheint also ein systematisches problem zu sein und ja gucken wir doch einfach mal rein was wir denn hier drin haben denn das ist ehrlich gesagt ein betrug den ich so nicht erwartet habe schauen wir mal nach innen und das sieht eigentlich alles in ordnung aus wir haben hier wenn wir gucken txn txp ground rxn rx r p eigentlich p v dm dp und ground das sind genau die pins die ich gesagt habe ground und 5 volt die daten plus minus für die usb 2 verbindung und dann hier oben nochmal ein ground und zwei datenpaare perfekt und auch hier hinten die stecker alle genügend pins also stimmt doch oder wer hat es schon entdeckt naja wenn wir hinten drauf gucken hier gehen aber nur vier drähte hin und zwar der eine für vcc wir haben ground und zwei datenkanäle die zu diesem chip laufen selbes mit dem selbes mit dem außer der hier der hat ein paar mehr datenkanäle aber den traces folgen die gehen direkt zum kabel was raus geht okay das hier ist nämlich wenn wir mal genau drauf gucken ein chip mit der bezeichnung hs 8636 und wenn wir uns das datenblatt dazu angucken das ist tatsächlich nur ein usb 2.0 hub das hier ist also im prinzip ein usb 2.0 gerät für vier ports das einzige was man gemacht hat ist man hat zusätzlich zu den usb 2 der hier reinläuft und dann auf die einzelnen ports drauf geht was auch einmal frei funktioniert trotzdem usb 3 buxen verbaut und die kabel von dem anschlusskabel einfach komplett durchgeschliffen die meisten pcs können damit umgehen das heißt die gehen dann einfach hin und sagen okay hier ist was da die daten gehen jetzt da drüber kein problem strom kommt ja auch an denn im usb 3 modus werden diese usb 2 datenleitungen gar nicht benutzt das heißt er merkt gar nicht dass hier dieser chip noch dazwischen hängt stattdessen gehen die daten direkt hier drüber heißt auf dem port geht usb 3 und der rest da ist nichts angeschlossen ja okay das ist natürlich eher ungünstig dass wir jetzt hier unseren wunderschönen usb 3 hub haben der usb 3 außen claimt aber kein usb 3 macht ja nervig aber gut vielleicht der eine händler der scheiße gebaut hat also mit dem hier hatte ich ja gute chancen oder gute erfahrungen holen wir doch noch einen der so aussieht ja ich glaube ich brauche nicht allzu viel dazu sagen was uns jetzt hier erwartet diesmal habe ich direkt alle ports ausprobiert und überraschung der erste port macht usb 3.0 die anderen nicht also genau derselbe morx wir haben einen usb 3.0 hub high power supply system das hat einfach damit zu tun dass hier noch ein stromanschluss dabei ist die sache ist wenn man so ein usb hub hat und nur vom pc schweißt ist der strom limitiert auf diesem kabel und das muss sich dann auf alle hier drunten aufteilen wenn die mehr strom brauchen kann man aber noch ein netzteil anschließen dann geht das auch so aber ja bringt mir halt nichts wenn ich da strom rein machen kann wenn der rest hier nicht sauber funktioniert das heißt nehmen auch den hier mal auseinander auch der ist glaube ich irgendwie geklippt gewesen so und wenn wir ins innere gucken überraschung wir haben wieder ein board wir haben wieder ein chip drauf diesmal einen anderen das hier ist der gl850g aber auch hier wenn wir mal drauf gucken die usb leitungen v bus minus plus und ground gehen hier drauf und überraschung hier gehen mal wieder nur zwei kabel hin genau derselbe morx also auch hier genau dieselbe betrügerei man hat ein usb 2 hub geholt hat die usb 3 buxen drauf gemacht und hinten sieht man vielleicht bei dem ersten port sind ein paar mehr datenkabel die dann hier drauf gehen auf die zusätzlichen leitungen das heißt ich habe jetzt zweimal schon usb hubs gekauft und so eine fälschung erhalten die in wirklichkeit nur usb 2 können und usb 3 fälschen was nicht ganz richtig ist denn es waren mehr als zwei bestellungen ein paar habe ich halt schon zurückgeschickt weil genau dasselbe ist also offensichtlich scheint es im moment volkssport zu sein usb 2 hubs als usb 3 zu verkaufen das ist natürlich ein bisschen nervig weil man sieht es halt von außen nicht die anschlüsse sind richtig die aufschrift sagt klar usb 3 es gibt ein paar händler die sind so freundlich und schreiben dann tatsächlich dabei ein port usb 3 und drei ports usb 2 das ist für mich okay da sieht man vorher was man hat aber hier sowas das geht gar nicht also was können wir jetzt machen naja erstmal nicht all zu viel wir können halt bei händlern bestellen wo wir wissen dass wir es relativ stressfrei zurückgeben können wenn wir eine fälschung bekommen aber im endeffekt ist die fälschung dann trotzdem hergestellt die ressourcen sind verschwendet und das ist ja eigentlich eher meh aber wirklich viele andere chancen haben wir nicht denn naja auch der hier sieht halt nicht anders aus wir haben genau dieselben ports und der funktioniert ja das heißt also das einzige was wir machen können ist jeweils bestellen jeweils austesten und gegebenenfalls was aber wahrscheinlich mit der rückgabe nicht so ganz funktionieren wird die dinge auseinander nehmen ich versuche mal gerade hier bei dem funktionierenden auch noch dass wir da auch mal reingucken können wie es richtig aussehen sollte ja und hier sehen wir es auch das ist ein vernünftiger usb 3 hub so wie es zu erwarten war ein bisschen dreck drin wo ich jetzt gerade wohl ein bisschen was erwischt habe aber wir sehen hier an jedem von diesen ports gehen jeweils die sechs datenleitungen oder drei paare hin teilweise auf der unterseite teilweise auf der oberseite von unten nochmal sehen da sind die restlichen datenleitungen die uns oben gefehlt haben und in der mitte sitzt ebenfalls ein gl chip also selber hersteller wie bei hier dem allerdings wir sehen der chip hat mehr pins der chip ist größer insgesamt das hier ist der gl gl 3520 das heißt also ja da ist nicht viel zu zu sagen dass auf jeden fall ein richtiger usb 3 hub und so sollte das aussehen was da in dem ding drin ist leider halt hier nicht tja also was nun naja es bleiben die üblichen tipps wer eine marke kauft oder teuer kauft wird weniger chance haben auf so ein fake reinzufallen als wenn man da das günstigste sucht was da ist trotzdem in meinen augen sollten da definitiv die vertreiber darauf drängen dass die hersteller da keinen unfug verkaufen wie gesagt ich habe kein problem damit so was zu verkaufen nur dann schreibt bitte dran dass das so ist ich meine es gibt durchaus einsatzzwecke wo ein usb 3 port reicht ich werde mal gucken was ich jetzt mache ob ich mir dann doch mal einen teureren hub kaufe wobei ich halt auch leider da so ein paar inkompatibilitäten in der vergangenheit hatte oder ob ich nicht doch den lötkolben auspacken und am ende mir selber ein design mal gucken am ende naja drei davon können usb 2.0 das reicht für mikrocontroller aber für mehr auch meistens nicht zum glück habe ich ja noch den einen der komplett funktioniert und ich hoffe einfach dass der auch weiterhin das tut was er soll ist ja